K wie Konverter Konverter sind Umrichterstationen, die Gleichstrom in Wechselstrom und Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Bisher wird in Deutschland Gleichstrom vor allem zur Anbindung von Offshore-Windparks eingesetzt. Künftig soll Gleichstrom aber auch im Landesinneren und ins Ausland übertragen werden. Dafür werden weitere Konverteranlagen benötigt, die den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. In einer Konverterhalle steht unter anderem der Umrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Transformatoren bringen den erzeugten Wechselstrom dann auf die richtige Spannung des Übertragungsnetzes. Die Konverterhalle schirmt die elektrischen und je nach Bau auch einen Teil der magnetischen Felder von der Umwelt ab. Die Halle absorbiert auch einen Großteil der Geräusche, die durch das Umrichten entstehen. Damit Mensch und Umwelt vor elektrischen und magnetischen Feldern sowie vor Lärmbelästigung geschützt sind, darf der Konverter die gesetzlich festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten. Die Konverterstationen werden jeweils am Anfangs- und am Endpunkt der geplanten Gleichstromvorhaben oder in deren Nähe gebaut. Für die Standortsuche ist der Übertragungsnetzbetreiber zuständig, der auch die dazugehörige Stromleitung plant. Die Einhaltung aller Grenzwerte wird im Genehmigungsverfahren geprüft. K wie Konverter Konverter sind Umrichterstationen, die Gleichstrom in Wechselstrom und Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Bisher wird in Deutschland Gleichstrom vor allem zur Anbindung von Offshore-Windparks eingesetzt. Künftig soll Gleichstrom aber auch im Landesinneren und ins Ausland übertragen werden. Dafür werden weitere Konverteranlagen benötigt, die den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. In einer Konverterhalle steht unter anderem der Umrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Transformatoren bringen den erzeugten Wechselstrom dann auf die richtige Spannung des Übertragungsnetzes. Die Konverterhalle schirmt die elektrischen und je nach Bau auch einen Teil der magnetischen Felder von der Umwelt ab. Die Halle absorbiert auch einen Großteil der Geräusche, die durch das Umrichten entstehen. Damit Mensch und Umwelt vor elektrischen und magnetischen Feldern sowie vor Lärmbelästigung geschützt sind, darf der Konverter die gesetzlich festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten. Die Konverterstationen werden jeweils am Anfangs- und am Endpunkt der geplanten Gleichstromvorhaben oder in deren Nähe gebaut. Für die Standortsuche ist der Übertragungsnetzbetreiber zuständig, der auch die dazugehörige Stromleitung plant. Die Einhaltung aller Grenzwerte wird im Genehmigungsverfahren geprüft. K wie Konverter Konverter sind Umrichterstationen, die Gleichstrom in Wechselstrom und Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Bisher wird in Deutschland Gleichstrom vor allem zur Anbindung von Offshore-Windparks eingesetzt. Künftig soll Gleichstrom aber auch im Landesinneren und ins Ausland übertragen werden. Dafür werden weitere Konverteranlagen benötigt, die den Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, der am Ende aus der Steckdose kommt. In einer Konverterhalle steht unter anderem der Umrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Transformatoren bringen den erzeugten Wechselstrom dann auf die richtige Spannung des Übertragungsnetzes. Die Konverterhalle schirmt die elektrischen und je nach Bau auch einen Teil der magnetischen Felder von der Umwelt ab. Die Halle absorbiert auch einen Großteil der Geräusche, die durch das Umrichten entstehen. Damit Mensch und Umwelt vor elektrischen und magnetischen Feldern sowie vor Lärmbelästigung geschützt sind, darf der Konverter die gesetzlich festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten. Die Konverterstationen werden jeweils am Anfangs- und am Endpunkt der geplanten Gleichstromvorhaben oder in deren Nähe gebaut. Für die Standortsuche ist der Übertragungsnetzbetreiber zuständig, der auch die dazugehörige Stromleitung plant. Die Einhaltung aller Grenzwerte wird im Genehmigungsverfahren geprüft. Die Konverterstelle